Ich bin Julia, ich bin Mama Coach und das ist meine Geschichte. Rückblickend kann ich sagen, dass schon mit der Geburt meines ersten Kindes alles anfing. Den großen Breakdown hatte ich dann allerdings nach der Geburt meines zweiten Kindes, meiner Tochter. Ich war völlig ausgebrannt, ich war überfordert, ich war unglücklich und es ging so weit, dass ich kaum noch aus dem Bett aufgestiegen bin und dass ich ganz, ganz viel geschlafen habe. Und das war der Punkt, wo ich wusste, ich musste etwas ändern, ich will da raus, ich will nicht da drin versinken, ich will eine glückliche, fröhliche, entspannte Mama sein und ich will das Leben mit meinen Kindern genießen. Ich wusste, da ist noch mehr und dahin wollte ich. Ich wollte da raus, ich habe einen Ausweg gesucht und ich habe ihn gefunden. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Mamas da draußen ähnliche Probleme haben. Sie fühlen sich ausgebrannt, sie sind gestresst, sie sind leicht reizbar, sie sind unglücklich, obwohl sie doch die tollsten Kinder der Welt haben. Sie wollen nicht nur Mama sein, sie wollen mehr Zeit für sich. Sie wissen, dass da noch mehr ist und sie wollen mehr. Und bei all diesen Wünschen möchte ich euch unterstützen. Ich möchte euch zu mehr verhelfen. Ich möchte euch helfen, einen bewussteren, einen achtsameren und einen bedürfnisorientierteren Alltag mit euren Kindern zu leben. Ihr sollt dabei ganz, ganz wichtig sein. Auf uns Mamas ruht alles. Wenn es uns gut geht, dann geht es unserer ganzen Familie gut. Denn du bist wichtig, um ein erfülltes Wir zu erschaffen. Ich helfe euch, für euch passende individuelle Lösungen zu finden. Für mehr Zeit für euch, für ein entspannteres Familienleben, für mehr Glück und Achtsamkeit, für mehr Frau sein, für mehr Energie, für mehr Du, beruflich, privat und in deiner Freizeit, für einen organisierteren Alltag, für mehr Freude am Mama sein, für mehr. Ich hätte mir damals in meiner Situation genauso einen Coach gewünscht, einen, an den ich mich richten kann, dem ich alles erzählen kann und der mir daraus hilft. Und deswegen biete ich das euch jetzt an. Ich weiß, wie ich daraus gekommen bin und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte für euch diese Person sein, die ich damals so stark gebraucht hätte. Wir erarbeiten gemeinsam Lösungen, die du wirklich sofort nach unserem Gespräch umsetzen kannst. Es wird ein ganz neues Gefühl für dich sein. Du wirst dich, die Welt, die Menschen um dich herum ganz anders wahrnehmen und kennenlernen. Schreib mir jetzt und wir machen einen Termin aus. Bis bald.